unsere wege wieder erweitern hier und zwar hier vorne geht natürlich nicht weil die nicht fertig sind ja ja ist ja gut da kann man nicht rum so zack nein es geht nicht hier weiter auch nicht wir können da kein weg zwischen wie doof ist denn sowas wir haben zu dicht gebaut viel zu dicht gebaut nur recht sich das nur recht sich das hier können wir es bauen da geht es geht nicht gibt es dahin die müssen doof aus ich bin hier vorne was reingepflanzt ist es gebaut so hier vorne her das geht zack so ein unwetter furchtbar furchtbar so hier ist doch wirklich der hase also der wurm drin tja so ist es halt wenn es laufen soll dann läuft es nicht ja straße wurde gebaut das natürlich auch nicht schlecht das ist gut so aber so langsam wir haben es so langsam hin jetzt herbst ja fünf wir haben 17 grad immer noch hier sind noch 176 kartoffeln die wollen gerne rein und die pflanzen schon die neuen an leute lasst es bleiben das muss jetzt nicht sein vielleicht sind unsere felder auch ein bisschen sehr mickrig geworden das kann natürlich auch sein dass unsere felder ein bisschen klein geworden sind aber naja so das ist für was haben wir hier noch was das ja der köhler oder ist deshalb arbeiten der tischler arbeiten das ist klar die kräuter die kräuter marie braucht nicht wir haben noch eine ganze ecke kräuter da das brauchen muss er nicht sein das brauchen wir jetzt nicht so mal sehen ob wir ein bisschen weizen zusammen haben ich weiß gar nicht wie viel brauchen wir dafür einmal weizen für ein brot oder einmal getreide so einmal getreide war das na ich bin gespannt und 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 Musik So, jetzt werde ich das mal ein bisschen hinschieben, ein bisschen hinrichten. So, die Mini-Karte eigentlich brauchen wir das Ding gar nicht. Das ist eigentlich überflüssig. Also jetzt auf jeden Fall noch. Auf jeden Fall die ist sehr klein, also die kann ich jetzt nicht größer ziehen oder so ein Krams, das geht nicht. Gehe ich nicht größer, ist so klein wie sie ist. So, was haben wir hier? 18 von 18, hier darf ein bisschen was geschnappelt werden für später. So, was haben wir hier? Immer noch, immer noch nichts. Das Speichern läuft auch, so. So, haben wir dann alle Kartoffeln drin, kriegen wir das dann rein hier. Was war das noch hier? 84 Stück. Das ist raus, das ist weg. 84, die kriegen wir rein. Und 13 Grad noch, ach, das kriegen wir locker rein. Dann haben wir diesen Winter auch auf jeden Fall überlebt. Jahr 5, Jahr 5 und unsere Stadt wächst und gedeiht. Wird auf jeden Fall immer ein bisschen, immer ein Stückchen größer. Was wäre denn nochmal ganz interessant an Sachen, die wir nochmal bauen müssen? Hier, was ist mit der Taverne? Was bringt uns die denn? Alkoholproduktion zur Verbesserung des Glücks. Na super. Die hauen sich den... Na okay. Voll wie die Amtmänner, oder was? Bewohner werden geheilt. Gut, das haben wir noch nicht. Ähm, was haben wir hier? Beerdigt die Verstorbenen, die Gruft. Platz für 5 Leichen. Super, dass sie das übersetzt haben. Finde ich echt absolut Hammer. Kleiner Wegweiser. Großer Wegweiser. Fragen wir nicht, wofür? Vogelscheuche. Verscheuchfügel und... Was steht da? Beschleunigt so das Wachstum auf den Feldern und den Bäumen. Hey! Dann werden wir so einen Timer pflanzen. Hey, das können wir machen. Aber das können wir natürlich... Das ist doof, das können wir nicht machen. Mitten auf dem Weg, ja. Das ist natürlich auch doof. Pass mal auf, wenn wir das... So ein Ding mal hier hinsetzen. Wupp. Wupp. Pass mal auf, bitte. Bisschen dichter an. Wie sieht das Teil denn aus? Die Vogelscheuche. Hm. Weißt du was? Wir machen mal so eine... Wir setzen mal so eine... Was ist hier los? Darum geht es nicht. Ach, da können sie hinsetzen, wa? Gut. Machen wir mal. Zack. Eine Vogelscheuche. Mensch, das ist ja mal der Vogelscheuche. Bald. Ich bin mal gespannt, wie die sich macht. Die Vogelscheuche. Soll auf jeden Fall die... Geschwindig... Wachstumsgeschwindigkeit erhöhen. Noch kein Weizen. Ich glaube, das Feld haben wir zu klein gebaut. Boah, das hätten wir für zwei Leute machen müssen. Aber naja. Ist dann halt so. So. Lässt sich jetzt nicht ändern, wie sieht es hier aus? 16. Auf andere Weide verlegen. Hm. Vielleicht sollten wir nochmal ein... Äh... Ein Apfelgarten mehr machen. Wer hat denn da in den Baum gefällt? Waren das die Bären? Der Herbst. Elf Grad. Elf Grad. Okay. Na gut. So, der Jäger kann jagen. Da ist der Jäger. Und er jagt. Das Wildschwein ist dran. Hat sich in unser Territorium vertan. Piks. So, was gibt's? Vielleicht 13 Mal Fleisch. Und da liegt noch was mehr. Da liegt noch irgendwas mehr. Da liegt noch mehr Fleisch. Was hat er jetzt mit? 13 Mal Fleisch gibt das. Das klappt noch mehr. Da liegt noch mehr. Hm. Fleisch. Ganz viel Fleisch. Super. Super. Sehr schön. Der Frost ist fast da. So. Ich mach das Oberleben mal aus. Mal sehen. Zack. So. Sehr schön. Auch wie das so läuft. Herrlich. Ein Kind ist älter geworden. Ein Kind ist zur Schule gehen. Dann können wir doch mal kurz schauen, was diese Schule uns bringt. Die Schule. Pass mal auf. Kindererziehung. Um die Produktivität zu erhöhen. Ein Anzahl der Arbeiter an. Die Produktivität zu erhöhen. Dann wäre doch nochmal eine Maßnahme, eine Schule zu bauen. Oder eventuell die Produktivität zu erhöhen. Die Schule ist natürlich nicht so groß. Das kann man nicht anders sagen. Also die ist schön klein und handlich. die Schule. Die Schule. Die könnte doch eigentlich auch ganz gut hier hin passen. Oder? Die Schule. Wäre doch echt nicht schlecht, wenn die mal... Pass mal auf. Ich muss nicht da rangehen. Wenn wir hier so die Schule bauen, wenn wir hier so die Schule bauen, wäre natürlich nicht schlecht. So, dann drehen wir die mal rum. Wo ist denn vorne? Vorne ist da. Hm. Dann wäre natürlich auch gleich so die... Der Weg zu der... Zu der praktischen Arbeit nicht so weit. Dann könnten die auch gleich mit mir was tun. Wir bauen einfach mal die Schule hierher. Das wäre doch mal eine Maßnahme. Machen wir einfach. Zack. Schule gebaut. Oder wir sind am... Ist wir sind am Machen. So. Da fehlen natürlich ein bisschen Ressourcen jetzt. Was haben wir da jetzt? Vier Weizen. Die möchte ich doch schon gerne rein haben. Zack. Sammeln wir mal den Weizen ein. Und wenn das nur vier Stück sind. Oder sieben. Was ist das jetzt hier? Getreide. Ich hoffe, sie sammelt jetzt Getreide ein. Sie braucht jetzt nicht bewässern. Das tut gar nicht nötig. Bewässern musst du jetzt nicht. So. Erntet. Sie erntet. Ob das bisschen was noch da ist? Triecht Essen zum Haus? Oh Gott. Wir haben nur eine Person da. Die Vogelscheuche wird gebaut. Mit der Hoffnung, dass es mehr wird. Das klappt mir mit der Vogelscheuche. Vielleicht bringt ja auch ein bisschen Ertrag ein bisschen mehr ein. So, wir haben drei Grad. So, Fräulein. Ein bisschen mehr Elan hier. Das muss rein. Irgendwie muss das hier noch ein bisschen. Also, ich möchte das schon gerne rein haben. Damit wir einmal den Bäcker anschmeißen können. Das würde mich schon mal ein bisschen interessieren. So, du erntest. Was heißt denn? Sag mal. Scarlett. 16 Jahre alt. Bald haben wir Frost und dann ist das weg. Dann haben wir nix. Dann haben wir gar nix. Dann ist alles so duster, sozusagen. Leute, und ihr fangt euch jetzt nicht an hier. Freunde, das ist doch nicht euer Ernst. Erntet das noch. Das bisschen, was noch da ist. Und hier auch. Dieses hier aus, da läuft natürlich nix. Das ist für nächstes Jahr. So, sie erntet auf jeden Fall hier. Erntet. Das hat sie in der Tasche noch gar nix. Komm. Oberie. 19 Jahre. Ach ja, komm schon. Erntet ein bisschen. Ein Grad. Gleiches Frost und dann ist alles weg. Wir haben nix. Trich erst ins Maus. Oh, mein Freund. Bitte, ein bisschen. Ein bisschen mehr Ehrgeiz zeigen hier. Hast du denn irgendwas in der Tasche? Hat nix in der Tasche? Ich hoffe, ein bisschen. Ein bisschen kriegen die noch rein. Ich hoffe das mal. Hier braucht nix passieren. So, Feierabend. Hier ist ein dem Gelände. So, die sammeln noch ein bisschen ein hier. 1590 Kartoffeln. Vogelscheuche ist fertiggestellt. Sehr schön. Auch die Vogelscheuche. Da steht sie. Das Prachtstück. Die Vogelscheuche. Hoffentlich erfüllt sie auch ihren Zweck. So. Ja, Frost ist da. Alles weg. Wir haben natürlich nichts reingekriegt. Sehr ärgerlich. Wir haben kein Getreide. Gar nichts. Ach, wie ärgerlich ist denn sowas. Naja, gut. Für nächstes Mal 200 Steine. Uns fehlen Steine. Freunde, wir brauchen Steine. Steine. So, wo finden wir Steine? Finden wir hier irgendwo Steine? Wäre natürlich nicht doof. Also nicht verkehrt. Nein. Warte mal auf Steine. Zack. Oh, hier sind reich. Ich guck dir mal an. Das ist ja irre. Massenhaftsteine. Genau. Hier können Steine gesammelt werden. Wie die Großen. Haben hier auch noch Steine irgendwo rumliegen? Nee. Hier auch nicht, oder? Da haben wir schon alles weggegrast. Nee, hier haben wir schon alles weggeholt. Hier ist auch nichts mehr, oder? Nee, alles weg. Gut. Ihr habt eh nichts zu tun, Freunde. Es ist Winter. Oder es ist Herbst, auf jeden Fall. Herbst, Jahr 5. Es kann eingesammelt werden. Wir haben hier Hühner ohne Ende. Die können auch mal gerne ein paar von denen auf jeden Fall den Kopf abkriegen. Ja, genau. Da fehlen uns natürlich massenhaft Sachen. So. Wir wollen mal gucken, wo der Förster, der war doch hier vorne irgendwo, da ist er. Wo der so sitzt. Dann können wir hier hinten nämlich auch die ganzen Bäume abholzen. So. Wir wollen so ziemlich alles hier weg haben. Das kann alles weg. So. Und hier genauso. Das kann auch weg. Das haben wir auch alles markiert, ne? Ja, haben wir doch gemacht. Das kann auch alles weg. Wir haben jetzt reichlich Leute, die haben nichts zu tun. Und die können gerne hier ein bisschen, können jetzt gerne ein bisschen Ressourcen sammeln. Das ist so die Winterarbeit. Das kann so gerne im Winter gemacht werden, weil da ist ja sowieso nicht so sehr viel los. Anbauen können wir nicht viel. 127 Kohle haben wir nur. Nur. Vielleicht müssen wir noch einen Kohler mehr anstellen. Es geht ja nur einer. Wir können nur einen bauen. Oder einer kann ja nur arbeiten. So. Und wenn die jetzt noch ein bisschen lernen, wie gesagt, das versuchen wir auch mal, die Schule zu bauen. Also die Schule wird gebaut. Ein Baby wurde geboren. Hallo. Und noch wieder jemanden begrüßen wir in unserer Runde. In unserem schönen Hohüten. 28 Einwohner haben wir. 28 Einwohner. Ja, 5. Spätherbst. Ach, wie herrlich. Einfach nur herrlich. Gefällt mir total gut. Total gut. Das kann man natürlich jetzt nicht sehen, weil das Overlay leider aus ist. 17 Hühner. Komm her, du kannst doch mal ein paar schlachten. Mach das mal. Die schleppen fleißig Krams ran. So, hier wollen wir auf jeden Fall Weizen reinhaben. Mal gucken, wie das klappt. Wie das läuft. Ich bin gespannt. Und... Ups. Ich bin gespannt. so den bäcker braucht man nicht und später wenn wir auf jeden fall irgendwann mal irgendwann ein bisschen größer haben alles werden wir dann einen hafen bauen damit wir neue früchte anbauen können damit wir mal andere sachen anstatt jetzt äpfel sondern vielleicht auch mal bären oder kirschen oder wasser kommt dass wir sowas auch machen können dass er pause gesetzt klar das können wir hier auch machen und hier genauso aber anderen ist das blödsinn weil da sowieso nichts nein da läuft es das quatsch so und die genauso im winter ist ja sowieso nichts los da ist ja schicht im schach da läuft da wächst nichts das wird auch so langsam weiß so ein bisschen auf jeden fall grau alles das ist eine komische kante das ist eine ganz komische kante ich hoffe die können darauf runter laufen wir haben sowieso viel zu dicht gebaut hier viel zu dicht da können wir keinen Weg machen wie doof ist sowas auf jeden fall kriegen wir hier die schule hin dafür noch 200 steine sowie hat so viele steine haben wir gar nicht was ist das noch gewesen das waren arbeiter sammler sammelt ressourcen von von boden so muss man auf wo haben wir unsere da sind sie sieben alle sieben können hier wie die großen sammeln was machen normalerweise auch die herrschaften die sowieso nichts zu tun haben 17 hühner schlachten man hühnchen hier wie gesagt da fehlt uns steine wir brauchen steine können wir das nicht mehr die priorität nach oben setzen das können wir ganz gut machen so mal auf hier so und zwar da sind nämlich überall die ganzen steine geschichten die sollen wir mal hier sack priorität nach oben steine brauchen wir brauchen steine freunde sammelt steine gräb nach ressourcen pass mal auf der der benji 35 jahre alt so mein freund was machst du steine sammeln richtig das ist gut richtig so jede nächste sammelt steine gräb nach ressourcen das machst du auch ne gräb nach ressourcen aber du sammel steine auf jeden fall ich möchte dass du steine steine sammelst er hackt ein baum ab na gut na gut denn macht er das ist ja auch nicht so schlimm so minus fünf grad ist auf jeden fall sehr frostig es wird frisch und wir haben soweit noch eigentlich relativ lebensmittel technisch wäre echt gut 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 bedient vielleicht noch mal einen zweiten fischer in der zweite fischhütte anbauen also hier mal eine zweite fischhütte planen baum das wären auch noch mal eine maßnahme die lehmhütte ist natürlich jetzt nichts zu tun drin weil er uns da fehlt uns ja jemand so da fehlen uns steine wir brauchen unbedingt steine 16 zack da ist noch mal ein schlachten hier kein problem das kann es gerne machen so so So, Freunde, wie sieht es aus? Steine, kommt das ran? Drei Steine wieder mal. Das ist nicht das Dicke hier. Irgendwie nicht so extrem viel. Wir brauchen Steine, Freunde, wir brauchen unbedingt Steine. Ein Baby wurde geboren, hallo. Und wieder ein Baby geboren. 29 Einwohner haben wir jetzt. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, ach, die können wir auch noch aufmöbeln hier. Ach, können wir nicht, nein. Das wäre so für Spiele. Das kleine Haus können wir aufmöbeln. Was haben wir hier? Die können wir nicht aufmöbeln. Die Schreinerei. Das Häuschen können wir auch upgraden. Erwartet ein Baby. Bloß diese beiden kleinen Hütten da hinten, die wollte ich noch mal weghaben. Die müssen wir noch mal zerlegen. Dass wir da noch mal ein bisschen was Größeres hinkriegen. Und vor allen Dingen halt eben den Fischer noch mal machen, dass wir da noch mal eine zweite Fischerhütte hinbekommen. Und Steine, Freunde. Wir brauchen Steine. Schleppt hier Steine ran. Wie groß? Das ist kein Stein. Was hast du? Das sind zwei Steine. Drei Steine. 35, du hast ja nicht mehr. Der kann nicht mehr so richtig viel tragen. Ja, das ist Alter. Das macht das Alter. Der Terrence, drei Jahre alt. Sehr groß für sein Alter, nicht? Der Dylan, zwölf Jahre alt. Der isst jetzt was. Sehr hungrig. So, was haben wir hier? Platz. So, nochmal einen Schlachten da. Und wie gesagt, das Licht fehlt mir noch. Mir fehlt irgendwie Licht. 15 Miner. Darf nochmal eingeschlachtet werden. So, Winteranfang. Ach, der Winteranfang haben wir erst. Wir haben erst Winteranfang. Das wird noch richtig kalt. Da gehen aber unheimlich viele Kartoffeln weg. Das ist ja irre. Wahnsinn. Da sind 24, 35, 5, 6. Was haben wir hier vorne? 23, 15, 3. Okay. So, die Fischhütte, das läuft. Das war auch so ziemlich unser erstes Gebäude. Was wir gebaut haben. Die Fischhütte da unten. So, hier darf man wieder ein Hühnchen geschlachtet werden. Leute, schafft hier, schafft Steine ran. Steine, Steine sind wichtig. Ist etwas. Der Kelab. Ach, das ist ein Holzfäller. Naja, keine Steine. Wir brauchen Steine, Freunde. Wir haben noch Steine aktiviert, oder nicht? Das haben wir doch gemacht, oder nicht? Ich meine, das haben wir doch getan. Doch, haben wir getan. Logisch. Jojo, das haben wir getan. So, was hast du dabei? Auch nicht. Freunde, wo sind die Steine hin? Wo sind die Steine? Hier sind überall Steine. Massenhaft Steine. Warum werden hier nicht Steine gesammelt? Leute, Leute, Leute. Was machst du jetzt? Kriegen Ressourcen. Ähm, hier sind Steine. Überall. Und was hast du? Drei Steine. Sehr schön. So soll es sein. Ihr lauft bis nach Kimbuktu raus. Ihr braucht noch gar nicht so weit. Freunde. Was ist da? Da sind Steine. Nein, auch Erz. Hier sind Steine. Die wollen doch mal... Krieg nach Ressourcen. Was haben wir jetzt? Fleißig abbauen die Jungs hier. Der isst erst mal was. Wir können nicht viel ab hier. Überliegen Steine rum. Die wollen alle nach Hause. Die wollen alle gebraucht werden. Ein Baby wurde geboren. Noch ein Baby. 30 haben wir jetzt. Was trägst du? Auch Erz. Leute, ihr sollt hier Steine abbauen. Haben wir die Steine nicht? Die haben wir doch markiert, oder nicht? Steine sammeln. Haben wir die gar nicht markiert? Aber wo sind wir denn jetzt hier? Wir haben doch Steine markiert, oder nicht? Doch, wir haben doch Steine markiert, hier überall. Das ist doch kein Erz. Das sind doch Steine. Da sind noch zwei Steine da hinten. Aber hier vorne haben wir doch alles markiert. Der Bär. Auf jeden Fall brauchen wir massenhaft Steine noch. Die Hütte würde ich gerne fertig haben. Wäre echt nicht schlecht. Oder müssen wir tatsächlich noch einen Steinbruch bauen? Aber so viel Holz haben wir nicht. Was kostet das eigentlich so ein Steinbruch? Hm, ein Steinbruch. Warte mal, da muss ich gucken. So. Nein, Bergwerksteinbruch. Was kostet das? 510 Holz. So viel haben wir nie nicht. Das haben wir nie nicht zusammen. Wo wäre denn Platz dafür? Für ein Steinbruch. 3410 Steine wäre hier zum Beispiel so ein Platz. Muss man die Frage, ob wir das auch wieder wegkriegen. Oder hier. Was haben wir hier? 3000 und etwas. 3000. Das wäre doch nochmal eine Maßnahme hier vorne. Oder? Können wir das umdrehen? Ja, klar. Mal auf Steine. 3300, 3600. 3300, mhm. 83. Gehen wir noch mehr irgendwo her? Nein. Das wäre doch nochmal eine Maßnahme, das Ding hier zu pflanzen. Wieder hoffen, dass wir das wieder weggerissen kriegen. Bauen wir das mal. Zack. So. Das machen wir auf Pause. Brauchen wir jetzt nämlich nicht. So viel Holz haben wir nicht. Wir haben leider nicht so viel Holz. Doof, doof, doof. Wir haben nicht so viel Holz. Auf jeden Fall wäre es jetzt schön weiß. Schön weiß mitten im Winter. Minus sieben Grad. In den Hütten ist das mollig warm. Die Schornsteine rauchen alle. Und wir haben auf jeden Fall genug Brennholz. Und ich hoffe, also es sieht auch so aus, wir haben genug Lebensmittel. Wir haben genug. Das haben wir. Kein Problem, das haben wir. Wir werden auch dieses Jahr überleben. Jahr 5 überleben wir auch. Das sollten wir auch zurecht kriegen. Kein Problem. Sehr schön. Und kann jetzt das Kind... Hallo, 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 hallo. Oder so ähnlich. Kann zur Schule gehen. Schön, wenn wir einen hätten. Haben wir aber nicht. Wir haben keine Schule. Traurig, aber wahr. Hm. Jetzt pass mal auf. Wenn wir hier nochmal anklicken, wo ist der? Magda da. Haben wir gesagt, wir können alles abholzen hier? Haben wir das gesagt? Haben wir gesagt, alles abholzen? Zack. Ja, ich glaube, ne? 84 Holz. Hier auch, glaube ich. Haben wir alles abholen. Da hat es gesagt. Wir müssen uns einfach nochmal anklicken hier. Zack. 96. Das kann alles mitgenommen werden. Und hier ist auch noch ein bisschen was. Gut, das ist ja schon markiert. Das kann ja nochmal entsorgt werden. Da ist noch ein Baum. Der kann auch weg. Da ist ein Kind. Nico. Ist auch älter geworden. Alter, das wird ja bald richtig voll hier. Ja. 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 So. Hm 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 hm. Was ist das für ein Krams? okay gut denn wir werden beenden wir das mal hier würde ich mal sagen dann sage ich mal vielen dank fürs zuschauen ich hoffe es hat euch gefallen und wenn es euch gefallen hat dann sehen wir uns nächstes mal wieder wenn wir hier in holden unterwegs sind und ein bisschen ja ein bisschen weiter basteln ein bisschen weiter bauen und unseren leuten bei unserer leute beim überleben zu schauen so ich mache mal hier auf pause und bis zum nächsten mal sage ich mal ciao ciao